Was hast du dazu, Mami-Louise? Homeschooling? Ich kann Homeschooling eigentlich gar nicht so schnell. Ehrlich? Ja. Ehrlich? Okay. Obwohl ich weiß, dass ich da einfach so zu sagen, dass ich es schon nicht so gut fand. Aber ich war einer der wenigen, die das eigentlich tun konnte. Weil ich dann viel Zeit in mir selber noch mal zu Hause, wenn ich schon fertig war oder so, dass ich noch mal zu Hause bearbeiten habe. Zusätzlich. Warte mal, natürlich noch ein bisschen Wasser. Oh nein. Aber ich finde es auch gut mit meinen Freunden. Ja. Und auch gut. Wie geht ihr die Klasse? Älteste. Älteste? Ah, okay. So, das ist wieder vergabend. Sollen wir den Rechnungs draufkippen? Ja, die Klasse ist wieder klar. Ja. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Perfekt. Dann sind wir durch. Sieht doch schön aus. Ja, vielen, vielen Dank. Danke auch, danke auch. Ich hoffe, er kommt gut an. Ja. Aber die Bedingungen sind ja jetzt gerade sehr gut, dass ich mir zeigen lassen, dass die Chancen auch sehr hoch sind, dass die wirklich durchkommen auch. Ja. Gut. Heute nicht schicken. Wir haben heute Abend zum Beispiel immer wieder gesehen. Oh, wie wär mir jasen. Baucheithe событи Vill还是 dramatically mit allen Dingen. Und gerne�� brin, Armandmud, Learning. Dť ش celebrate.